Hi Leute und Willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Show hat mir gesagt ich soll das spielen. Wie ihr seht ist das... Ja, wenn ihr seht... Cube Escape Case 23 Ja, ich spiel mal. Kapitel 1 von 4. Die Mordszene. Es war die komischste Szene, die ich je gesehen hatte in meiner langen Karriere als Morddetektiv. Das erste Mal als ich in diesen Raum gegangen bin, wusste ich, dass da mehr als nur ein toter Körper ist. Fall 1971. Die Todesszene. Das ist eine Frau. Hi. Hi. Ich muss ein Gesicht sehen. Hi. Wie ein Käfer. Ja, ich weiß nicht was ich tun muss. Ich muss einfach ein bisschen rumklicken. Ähm. Hi. Bild. Ein Papagei. Soll ich das jetzt umdrehen? Ne. Soll ich es runternehmen? Ich will es runternehmen. Nehm es runter. Okay. Ähm. Eine brennende Kirche. Mit der Zahl drauf. Auf dem Sofa ist eine Notiz. Hi. Telefon. Äh. Hallo, hallo. Ist da jemand? 06. 04. 7. 6. 2. 0. 7. 1. 5. Es ist niemand da. Oder so. Oh. Sorry. 024. Aha. Oh. Kreuzworträtsel. Oh. Sehr. Ich warte mal. Mal zurück. Da stand. 024. Okay. Es kommt keine Zahl. Hallo. Äh. Ein bisschen langsam. Das ist eine komische Überwachung. Buschka. Eine Hose. Hier. Willst du die haben? Nicht. Na dann nicht. Muss runter sein. Das auch. Keine Ahnung. Oh. Das resettet offenbar alles. Ähm. Sind die runter neben die Bilder? Aber offenbar. Geht das nicht. Den lebst noch. Du nicht. Ja. Vielleicht schon. Ein Bügeleisen. Ist auch nichts drunter. Schubladen öffnen. Nee. Nichts. Nichts. Verschlossen. Das ist ein. Hm. Ach. Glaub ich. Okay. Was ist noch ein Kaktus? Kaktus? Kaktus. Kaktus. Ach toll. Ähm. War ich der schon? Was war das? Ja. Hörst du die Tapete? Oh. Hörst du der Hölle? Ist das nicht mit mir hin? Nein. Papier. Kann sie hoffenbar noch ein anderes Bild finden. Ich möchte das gern wegnehmen. Ähm. Komm schon. Nein. Hörst du mal da oben? Wann geht das nicht? Ich habe keine Ahnung was ich zuerst machen muss. Kann ich das schreiben? Nein. Kann ich schreiben. Ich habe keine Ahnung was ich verwenden kann. Weil ich jetzt überall drin bin. Ich gehe wieder. Oh. Ich habe keine Wands öffnen. Ähm. Ähm. Der ist ziemlich verwirrend. Ähm. Wenn ich auf die Telefonnummer hätte. 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 Jetzt erst abheben. Natürlich. Ich ruf mal irgendwo an. Ein. Zwei. Vier. Sechs. Acht. Zwo. Hallo? Nein. Ist niemand. Kann ich das jetzt noch verwenden? Nein. Natürlich nicht. Hm. Okay. Muss ich irgendwas schreiben? Ne. Kann ich nicht. Aber was sagt mir da für eine. Party of the Lake. Arts. A broken arts. Sag ich mal. Ich muss mir das aufschreiben. Das erste habe ich noch nicht. Das zweite habe ich noch nicht. Das dritte habe ich noch nicht. Das vierte ist. O. Arts. Und der Papagei heißt noch. Psittacus. Psittacus. Äh. Jawoll. Und was möchtest du noch wissen? Neobuchspanne. Ähm. Taktus. Oder? Taktus. Das gibt hier. Warte mal. Das wäre der. Äh. Sechste Buchstabe. Das wäre der. Sechs. Äh. Das ist der. Töne. Naja. Fünf. Töne. 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 Aber was ist das erste? Painter from a lady in the lake. Töne. Töne. Tönen. Drücke. Töne. Töne... V.. O. töne. Ah. ist der Käfer hin? oh ich hab sie ausgezogen ist noch irgendwas unter den Händen? na ähm 2, 3 faszinierend ein bisschen rüber bis die Kirche brennt oh du bist da gehst du hin Käfer? äh zurück Käferlein zeigst du mir irgendwas? ja halt zu der Seite so ne doch nicht wo ist der Käfer hin? ohne Viech da keine Ahnung keine Lady in the Lake wo ist jetzt die Hose wieder weg? wirst du mitnehmen? die muss ich offenbar nicht haben auch nicht hm die musstest du die haben sollen wollen können dürfen den noch nicht öffnen du bist doch wahrscheinlich ein Fisch gut du bist doch wahrscheinlich ein Fisch das schwarze Da gibt es ein Papageien ein. Oh, ein Schlüssel. Cool. Dafür bist du jetzt gut, Schlüssel? Dafür nicht. Ich könnte jetzt hier ewig kompromieren, dass ich den Typen verfüttern darf, aber ich weiß doch nicht, wo er ist. Ach, da ist er. Was ist da hin? Käfer. Oh, noch ein Drittel. Wieso kann ich die Schlüssel nicht verwenden? Das ist noch kacke. Oh, noch ein Bild. Du bist immer noch zu. Ähm. Woher, du Papi? Hm. Ist das immer noch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass es vierte ist. Ich weiß nicht, wer der Maler vom Regie ist. Ich weiß nicht, wer der irgendwas ist. Okay. Ist jeder? Ja. Ich bin irgendwie tot. Hm. Naja. Ja. Das habe ich schon rausgefunden. Nach ohne deine Hälfte. Das ist der Kaktus. Das muss sein. Warte mal. Ich bin einfach. Ich bin einfach mal anderem gehmtivi in Formeln. Die Symbole gehören alles irgendwie zu sein. Ich binậpbein うm. Und blöd非 Übersetzlarw importet. Von ich binона Museen-Legal. grieving. Ich muss so höhere konzentrieren. So bestimmt. Ich bin auch kein schwarzes mehr. Wo fang ich am besten an? In dem blauen. Da hab ich den falschen. Ich muss den schwarzen anbauen. Da hab ich den orange. Da geht auch nicht mehr weiter. Da bin ich wieder bei dem. Warte, 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 warte. Sonst hab ich keinen. Kacke. Das ist was gewesen. Okay, ich muss ein bisschen überlegen. Ich muss einen guten Anfang finden. Ist gar nicht mal so leicht. Zudem anfangen. Und dann hier zum weißen. Ne, ich muss mit dem schwarzen anfangen. Ich muss. Hab ich gemerkt. Dann dich zum dem. Zu 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 dem. Toll. Zu dem. 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 ich könnte für die Hand stehen und auch wie nicht so x oder so vielleicht das die Kirche ist bestimmt der Fisch aber was ist die Hand und das Auge und ich weiß es nicht ok was kann ich überhaupt noch tun ich brauche noch mal Schlüssel ich bin aus dem großen Schlüssel fliegen kannst du fliegen und noch eine fliegt runter ja ihr seid doch so doof ist da noch ein Käfer raus was kann ich mit dir sonst noch tun willst du eine Fliege haben nicht willst du eine Zigarette haben nicht ist das ein Kaktus ne ist sie auch nicht 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 mit dem Kaktus label nicht mit dem Kaktus label tricky ok ich muss wahrscheinlich da rüber und die Schnecken noch oder wo gehst du hin was zum was zum was ist das keine Ahnung ok interessant die lady vom see bei nackos fleu ja mit mit w w we sind Ahora w w w w we Lackes Fleum Lackes Fleum Achtung auf, da Auge Achtung auf, da sind überall diese Zeichen Lackes Fleum, wo ist das da? Lackes Fleum, dann ist das Lackes Fleum Lackes Fleum Lackes Fleum Hm Was kann ich sonst noch tun? Alle Beweise Lackes Fleum Ich kann Füße angucken Ne, das ist offenbar nicht interessant, dass da auch noch Blut ist Lackes Fleum Lackes Fleum Lackes Fleum Lackes Fleum